Das Schicksal Das Schicksal ist ein Wechselspiel, verfolgt ohne Erbarmen sein Ziel. Einmal husten, schon steht die Welt, wenn es uns eine Prüfung stellt. Nein, man kann ihn dann entrennen, egal was wir auch dagegen ersinnen. Doch jedes Schicksal ist eine Chance, ein kleiner Spalt für Zusammenhalt. Und wer nicht will, bedenke, dass ein Baum trägt, Früchte, Gras bleibt Gras. Darum stell dich in Reih und Glied, um das Ganze zu verstärken. Wollt sein, wer das Ganze sieht, wird dich nicht darin bemerken. Doch Gemeinschaft und das Ganze wirkt und du bist nicht allein. Denn Zusammenhalt bei allen Werken kann unsere große Hoffnung sein. Denn jede Krise ist Gelegenheit, Kabus zu brechen für Zusammenhalt. Denn jede Krise zeigt deine Kraft, Berge zu versetzen, was jeder schafft. Das Schicksal zeigt uns manchmal wegen der Sturm. Der Sturm bläst nicht nur ins Gesicht. Der Sturm bläst auch in die Segel, was uns zu besseren Zielen bringt. Darum trägt gemeinsam diese Last seit dem Schicksal nicht ergeben. Und setzt wieder neu die Segel, ihr werdet ein besseres Ziel erleben. Wenn jeder schaut, wo der andere bleibt und auch dem Feind einmal verzeiht. Tauscht Schwert und Lanze und den Streit für Zusammenhalt und Menschlichkeit. Hai. wurden N Bis zum nächsten Mal.